Vielleicht wissen es einige, vorher war hier so eine fette Kommode durch. Das ist jetzt ganz entspannt, dass man das dann nicht mehr hat. Finde ich auch besser. Finde ich auch besser. Das habe ich nicht so cool gefunden. Habe ich mir am Morgen, seit ich so eine Morgenlatte hatte. Tja Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, what else am Start? Wenn ich die Maximilian Army Adjustierung, die Uniform der Maximilian Army, liebe Freunde, ihr wisst Bescheid. Übrigens Leute, nicht vergessen, das Gewinnspiel läuft immer noch. Das heißt, für all jene, die sich auf Maximilian.eu meinen neuen Merch holen und ihre Bestellbestätigung in ihre Insta-Story oder Snapchat-Story stellen und mich natürlich markieren, Max over me auf Instagram und Snapchat, sind dabei bei meinem Gewinnspiel und können ja folgendes gewinnen. Ja, der Gewinn ist einfach solid, da muss sogar die Polizei kommen. Diese Air Force One Nike Off-White Air Force One Volt, liebe Freunde, im Wert von 500 Euro, ist ein richtiger Liter Preis. Alles, was ihr machen müsst, meine neue Kollektion kommt, eine Bestellbestätigung in eure Insta- oder Snapchat-Story, mich markiert. Und schon seid ihr dabei, am Mittwoch wird aufgelöst. Wer gewinnt diese Schuhe? Aber wir haben heute nicht nur vor, mit der Uniform zu flexen, sondern, liebe Freunde, ich habe gerade am Chillen im Wohnzimmer durch meinen Feed gesehen auf YouTube und hier wurde mir ein YouTuber namens Kjell vorgeschlagen. Ich kenne den Typ nicht, das ist das erste Video, was ich von ihm vorgeschlagen bekommen habe. Mein Hype-Biss-Zimmer von Kjell. Wie gesagt, kenne den Boy nicht, aber wir werden da gleich mal hineinsehen und mal schauen, wie sein Zimmer aussieht. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin auch immer wieder interessiert an einer Raumgestaltung, weil auch ich wähle mit Bedacht mein Interieur aus. Bei mir muss alles stimmig sein, ähnlich wie mit den Outfits. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, als wäre das den meisten Hype-Biss, den meisten Flex hat eigentlich komplett Bowie, wie wir in Österreich sagen. Also die hauen sich hier irgendwelche Utensilien von Supreme, von Babe und so weiter hier hinein, ohne wirklich darauf zu achten, ob das Ganze ein stimmiges Bild macht. Aber es sieht sehr aufgeräumt aus, dementsprechend gespannt bin ich. Also werden wir jetzt einfach, ohne groß herumzuschnacken, direkt in das Video starten und mal sehen, was der sich hier alles so reingestellt hat. Ja, Leute, zu einfach ist es nicht hier, wenn ihr schreibt. Zu einfach wie mit den Brillen würde ich auch gerne mal. Ronne, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einen sehr... Ja, wir sehen hier oben schon Louis Vuitton. Hat er hier so einzelne Utensilien stehen. Das habe auch ich hier oben stehen. Ich sehe jetzt extra die Kamera drehen. Also auch ich habe hier so einzelne Utensilien stehen. Wir sehen hier oben Louis Vuitton, hier zwei Balenciaga-Boxen, da meine Rolex-Box. Hier habe ich meine Snowboards als Regale umfunktioniert. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ich bin ein begeisterter Snowboarder, wie ihr wisst. Ich habe hier einige Yeezy-Boxen stehen und natürlich auch Off-White-Boxen. Hier so Regalschränke, die gut zusammenpassen natürlich mit meinen Supreme-Boxen. Und hier oben auch ganz nice, das wisst ihr die wenigsten, meine Maximilian-Cola-Dose. An dieser Stelle hier... An dieser Stelle hier eindeutig keine Kooperation mit meinem Autofokus. Also schaut schon mal ganz nice aus. Zu dem Thema Roomtour, liebe Freunde. Ich mache eine Roomtour, wenn meine Wohnung fertiggestellt ist. Das passiert aber erst, wenn mein Schuhschrank fertig gebaut ist. Wir starten wieder direkt hinein ins Video. Sehr gefragtes Video. Und zwar fragen sich einige immer, okay, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wie lebst du? Was auch immer, Freunde. Landliebe Schokomilch im Hintergrund. Der Boy gönnt sich... Die nächste Milch! Heute gibt es die Roomtour. Wie gesagt, haben sich einige gewünscht. Habe ich damals auch schon öfter gebracht, aber es hat sich immer mal wieder ein bisschen was geändert. Und deswegen gibt es heute so ein kleines Update von meinem Zimmer. Viel Spaß! Ja, relativ aufgeräumt. Ich finde das ganz nice. Ich habe mir das selbst schon überlegt, meinen Schuhschrank aus so einzelnen Plastikteilen zu machen. Es gibt also fixfertige Boxen, die man sich kaufen kann, um das aufzustapeln. Und hier die Schuhe reinzugeben. Was mir aber nicht gefällt, ist genau das, was wir hier sehen. Ja, also die Schuhe kann man, wenn sie High-Top sind, nicht wirklich schön reinstellen. Man muss sie ineinander hineinlegen, damit sich das ausgeht. Finde ich nicht so nice. Was ich immer gut finde, ist die Hintergrundbeleuchtung. Ja, auch das finde ich geil. Hier die Klamotten so aufzuhängen auf einem Seil nach unten. Und was wir hier erkennen können, das ist so ein altes Messingrohr. Also auf die Idee zu kommen, hier ein Seil zu spannen, das durch ein Messingrohr zu fädeln und aufzuhängen, finde ich persönlich richtig geil. Was mir nicht gefällt, sind die blauen Kleiderhaken dazu. Also wie passt denn das zusammen? Das ist circa so, als würde man im Anzug mit Turnschuhen herumlaufen. Kommt aufs das Gleiche. Wer macht sowas? Kennt ihr das? Bei Bällen, wenn diese richtigen Bauern sich zum ersten Mal einen Anzug anziehen, den sie sich vielleicht vom Opa ausgeborgt oder schnell noch bei Kick eingekauft haben, und für Anzugschuhe sind sie sich dann zu geizig, weil die kosten beim Deichmann immerhin 19,90. Also nehmen sie einfach die alten, ausgelatschten Sneaker, die sie sonst auch tragen. Schaut immer mega witzig aus. So Freunde, wie gesagt, wir kommen zur Roomtour. Ich schließe mal eben hier die Türe, damit uns hier auch keiner irgendwie entgegenkommt. Ja, ihr habt gesehen, hier ist die Tür. Hier kommt man rein. Hier ist die Tür. Danke, das war ein leichter Hinweis dafür, dass wir uns wieder schleichen sollen. Habt ihr vielleicht auch in den anderen Videos schon gesehen. Hier ist die Tür und dann habe ich auch, das ist auch ein bisschen, was ich ein bisschen umgebaut habe, habe ich jetzt hier ein Regal und hier sozusagen alle meine Schuhe, halt als kleinen Überblick erstmal. Ja, wie gesagt, das hier, ich fange einfach mal mit diesem Regal an. Da habe ich einige Kartons von den Schuhen halt drinstehen, oben. Ja, aber wo sind die ganzen Schuhe, Brody? Vereinzer Off-White von 2350s und unten noch schon Watterspun und Jordan 1. Ah, okay, okay. Ist ein ganz klassisches Regal von Ikea. Ich glaube, das kostet ein 50er oder sowas. Sieht halt ganz cool aus und ist wirklich sehr, sehr einfach aufzubauen, Freunde. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen, das Ding. Und ja, dann hier direkt zu, solltet ihr eigentlich auch schon alle kennen, das sind meine Sneakerboxen. Das sind jetzt vier, acht, zwölf. Schnell nochmal gerechnet. Ich glaube, zwölf Stück. Mathe aus. Hä? Mathe aus. Auf jeden Fall am Start. Ich könnte theoretisch jetzt auch gleich schnell mal alle Sneaker durchgehen, dann habe ich das auch alles so in einem Video. Auf jeden Fall, hier oben haben wir dann noch zwei Bags. Einmal die Lacoste X Supreme Bags. Warte, ganz kurz, weißt du was? Das sind 15 Boxen, ne? Echt? Geil. Ja, drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn. Ach, fünf immer. Ich dachte nur vier. Egal, lassen wir drauf. Wie hier. Ja, Freunde, wie gesagt, oben drauf dann nochmal zwei Bags. Einmal die Supreme X Lacoste. Einmal die TNF X Supreme. Dann haben wir hier noch auf... Ja, wie ihr wisst, ich bin kein Freund von Bags. Keine Ahnung. Passt mir persönlich nicht. Also nicht so mein Style. Hier noch auf ganz entspannt meinen kaputten Supreme Beach Ball. Warum hast du ihn dann noch, wenn er kaputt ist? Da gehen nochmal, genau, spezielle Grüße raus an Jan. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Hier nochmal ein paar extra Laces für den Jordan 1er, also für den Pine Green. Die habe ich hier auch rumliegen. Aber die auch hier. Und ja, ich zeige euch sonst einfach jetzt mal ganz schnell so die Schuhe, die ich so am meisten feiere. Ja, im Moment, da haben wir hier einmal den Volt. Ja, brauchen wir gar nicht mehr reden. Mega geiler Schuh auf jeden Fall. Okay, ah, die Air Max. Check, check, check. Nichts zum einen Fall. Ist mir persönlich zu bunt, aber der Style geht jetzt auch wieder in Richtung bunt. Ich bin einfach ein Fan davon, wenn die Farben aufeinander abgestimmt sind. Und das sind mir zu viele Farben in der Kombination. Ich laufe herum wie ein Regenbogen, aber anstatt einem Kessel voll Gold fühle ich mich wie ein Sack voll Scheiße. Auch sehr sehenswert im Moment, weil ich Outfit-technisch den gerade frisch sauber gemacht habe. Der sieht auch wieder sehr, sehr schön aus. Applaus an dieser Stelle, Kjell. Eindeutig hat er sich verdient. Er hat hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, vor allem keine Zeit gescheut. Und hat hier nochmal seinen Sneaker für dieses Video gecreant. Also das ist wirklich Vorbildwirkung auf höchstem Niveau. Ja, dann hier vielleicht noch zur Wand. Habt ihr vielleicht auch schon ab und zu mal im Hintergrund der Videos gesehen. Hier habe ich einen Playbutton. Es fragen mich wirklich heute immer noch so viele Leute. Jo, Kjell, wo hast du den Playbutton? Was ist da los? Habe ich damals von guten Kollegen zum Geburtstag bekommen. Nein, wie geil. Der hat den selbst gebastelt. Und auch gleichzeitig hatte ich dazu noch ein Bild bekommen von Moritz. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Hat er mir so ein Bild noch dazu geschenkt. Geil. Also das sind richtig coole Homies von ihm, die ihm da extra was basteln. Also Props gehen raus aus seiner Freundin. Dann hier, wie ihr vielleicht auch schon des Öfteren gesehen habt, habe ich meine Kleiderstange hängen. Ist eine ganz klassische von Amazon oder so. Die hat damals 70 Euro gekostet, weil es irgendwie so ein... Keine Ahnung, was ist das? Ich weiß auch nicht genau. Sieht aus, als ob du die selber zusammengebaut hast. Ich habe auch mal eine selber gemacht, aber das ist sie nicht. Ja, habe ich halt den größten Teil meiner Klamotten einfach hängen. Hier oben noch das Supreme Blimp. Ja, sieht halt ganz cool aus. Ist nicht extrem geil. Ja, ne? Wie ist das? Ist auch dick eingestaubt. Ja, hier hängt halt alles möglich. Hier hängt meine Stone Island Jacke, Fred Perry Jacke, Schal, ein paar T-Shirts, die ich auch zugeschickt bekommen habe. Ja, Stone Island, liebe Freunde, ihr wisst ganz genau, ich bin kein großer Stone Island Fan. Ich bin Fan der Maximilian Army uniform. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von Kollektion zu Kollektion finde ich das Ganze eigentlich immer nicer. Mir war das am Anfang einfach zu classy. Herren-Style. Ich finde es aber immer besser, weil es sich schon mehr dem Street-Style und auch den Konsumenten anpasst. Und deswegen wird es immer cooler. Ja, Freunde, dann wenn wir hier weitergehen, haben wir hier noch zwei Rucksäcke. Jetzt zeige ich euch auch ganz fix. Das ist einmal der MCM-Bag vom Johnny. Der ist ja... Ja, bin auch kein MCM-Fan. Irgendwie zu ausgelutscht geworden, habe ich das Gefühl. Irgendwie so die elegantere Variante von Etati geworden. Meiner Meinung nach. Und dann hier nochmal mein Benz-Rucksack, den ich jetzt schon seit Geräumerzeit, ich glaube seit zwei Jahren oder sowas habe. Geräumerzeit, geräumer Rucksack, geräumig, alles in einem, perfekt. Erstmal ein bisschen was zum Bett und zu den Bildern. Das hier ist ein Bild. Was ist ein Bett? Ich dachte, das ist ein Sofa. Ja, das ist von mir selber. Also das muss ich auch erstmal... Ja, das ist von mir selber. Jetzt wollte ich schon fast sagen, welcher narzisstische Spast hängt ein Bild von sich selber auf. Sonst, ansonsten, wie gesagt, hat man hier halt nochmal die Kleiderstange. Vielleicht wissen es einige vorher, war hier so eine fette Kommode durch. Das ist jetzt ganz entspannt, dass man das dann nicht mehr hat. Finde ich auch besser. Und ja, anfing... Finde ich auch besser. Ich wette, dieser Kameramann, der pennt und knackt einfach jeden Tag bei ihm zu Hause. Also finde ich auch besser. Das habe ich nicht so cool gefunden. Habe ich mir morgens, als ich so eine Morgenlatte hatte und aufs Klo musste, jedes Mal den Zeh dran gestoßen. Kiel, stabile Aktion von dir, dass du die Kacke endlich mal weggeräumt hast. Ja, ansonsten ein bisschen Stuff, noch eine Kette von Gianni. Das alte iPhone 4, Freunde, beste Zeiten. Das muss man natürlich zeigen, das gehört zur Einrichtung dazu. Hier drin genau ein bisschen Kamera, kommt man noch. Ein paar extra Sachen, hier noch irgendwie so ein Blitz oder so. Und was haben wir hier? Eine alte Kamera und auch ein bisschen Krimskrams. Okay, jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo man merkt, dass das Zimmer nicht allzu groß ist, wenn man jetzt schon anfangen muss, einzelne Läden aufzumachen, um hier irgendwie die Roomtour zu vergrößern. Also willkommen bei meiner Roomtour. Ich habe hier Dixo. Finde ich persönlich ziemlich geil, weil es einfach farbtechnisch hier mit meinem Zimmer aboniert. Ich habe auch eine Schere. Die finde ich besonders cool, denn die ist nicht nur perfekt und vorzüglich zum Schneiden geeignet, sondern mit der kratze ich mir auch öfter mal den Rücken. Also auf jeden Fall ein Ding, das man sich besorgen muss. Ich habe hier noch so ein Federpenal. Auch in der Farbe Rot kann man immer wieder mal gebrauchen, weil man hier unterschiedlichste Stifte unterbringen kann. Ja, Freunde, hier ist dann, wie ihr vielleicht auch schon in der Anfangsszene gesehen habt, mein Schreibtisch. Hier passiert die Magiekapa. Hier mache ich immer meine Hausaufgaben, lege Bücher und habe Spaß. Hier wird gezockt. Hier wird... Ja, der Miscule, man sieht hier, ja, Ordnung wird großgeschrieben, genauso wie gesunde Ernährung. Kein Product Placement von Trolli natürlich an dieser Stelle. Hier wird Video geschnitten. Hier wird was auch immer gemacht. Hier ist eigentlich immer auch eher so mein Abstellplatz. Also Hausaufgaben mache ich, wenn ich Hausaufgaben mache, eigentlich auch nur auf dem Bett. Ja, ansonsten ist hier noch meine Brille auf, ganz entspannt, damit ich Rentner auch vernünftig sehen kann. Ja, ansonsten nichts Spektakuläres. Wir haben hier irgendwie so eine Standard-Tastatur. Hier sind ein paar Dellen drin. Warum wohl in der Tastatur Dellen drin sind? Irgendwie erinnert mich der Kjell an jemanden. Ja, ich muss sagen, entspannte Roomtour. Ich finde ziemlich nice das Zimmer. Für sein Alter, keine Ahnung wie alt er ist, ich schätze mal so 17 oder so. War mir damals noch nicht so wichtig, wie das Zimmer ausgesehen hat. Also für das auf jeden Fall aufgeräumtes Zimmer, wenn auch sehr clean. Kann man mögen, muss man aber nicht. Manche mögen es etwas wärmer. Video finde ich gut, ich finde ihn sympathisch. Er hat auf jeden Fall Witz. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Lasst aber auch für mich unbedingt einen Like da, liebe Freunde, wenn euch das Video unterhalten hat. Ich schmeiß euch jetzt noch... Ich hau euch jetzt noch den Link zum Original-Video unten hinein in die Infobox. Ihr wisst Bescheid. Lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Wenn ihr noch nicht... Wenn ihr noch nicht seid, der Maximilian Army seid, dann... Seid es jetzt. Ja, kommt euch zur Uniform Maximilian.eu. Und lasst auch Kjell ein Like und ein Abo da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Holt euch die dritte Kollektion, wie es genau was abgeht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.